Hallo und herzlich willkommen zu diesem äußerst, äußerst wichtigen Video und zwar ist es überhaupt nicht wichtig und eigentlich wollte ich nur informieren darüber, dass heute kein anderes Video außer dieses hier kommt und warum? Das liegt daran, dass ich am Hardcore Schneid bin für das neue Format, das morgen das erste Mal erscheinen wird, zusammen mit normalen Projekten natürlich, also die stinknormalen Projekte wie Shadow, Plants vs. Zombies werden morgen auf jeden Fall rauskommen, aber auch, wie gesagt, dieses neue Format. Wie oft das erscheinen wird, weiß ich nicht, ich weiß auf jeden Fall, dass es viel Arbeit ist zu schneiden. Ich sitze jetzt, ich habe jetzt vier Stunden dran gesessen und habe jetzt gerade die ganzen Overlays gemacht, es fehlt eigentlich nur noch das Gameplay und weil ich da halt bisher nur dieses hier eine Video geschnitten habe, wird wohl keins mehr kommen, außer morgen kommt noch eins. Also heute kommt auf jeden Fall kein Video mehr, morgen kommen die ganzen Videos wieder raus. Also, ich hoffe, es ist richtig angekommen, so wie es verständlich sein soll und ihr freut euch auf dieses neue Format, was extrem viel Arbeit ist. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Schaut mir andere Leute an, ey. Ne? Ciao.